Alarmstufe Rot in der Formel 1. Es gibt Ärger zwischen Formel 1-Eigentümer Liberty Media, dem Formel 1-Fahrerlager und FIA-Präsident Mohamed Bin Solayem. Nehmt euch eine Tasse Kaffee, so wie ich. Hier ist die erste Folge von Kevins Kaffeepause, meine Meinung zu den aktuellen Themen der Formel 1. In der aktuellen Situation die Formel 1-Teams und Eigentümer Liberty Media zu verärgern, ist vielleicht nicht die beste Idee, die FIA-Präsident Mohamed Bin Solayem gerade hat. Das macht er eigentlich auch gar nicht. Also der will die ja gar nicht verärgern an und für sich. Wenn man aus der Sicht der FIA und von Mohamed Bin Solayem die aktuellen Tweets und die aktuellen Äußerungen so verfolgt, dann macht das ja schon alles Sinn. Für den Automobil-Weltverband ist es natürlich wichtig, dass ein Motorsport fair ist, dass ein Motorsport transparent ist, dass auch viele am Motorsport teilhaben können, auch in der Formel 1. Wir haben nur zehn Teams in der Formel 1. Es sollten mehr sein. Das wollen auch Fans, das wollen wir Journalisten natürlich auch. Und das möchte auch Mohamed Bin Solayem, der seit Dezember 2021 FIA-Präsident ist und sich hervortut. Und ja, mit einer Art und Weise, die anders ist als bei vorherigen Präsidenten, auch bei Jean Todt, der hat sich da ein bisschen bedeckter gehalten. Natürlich auch bedingt durch seine Historie in der Formel 1 mit Ferrari, mit Sicherheit, mit ein bisschen mehr Feingefühl, mit ein bisschen mehr, man kann vielleicht sagen, Perspektive für die Interessen der Teams und der Eigentümer. Aber ausgestattet ist Mohamed Bin Solayem sehr geradeaus. Der möchte für etwas sorgen. Der möchte vielleicht in gewisser Weise aktionistischer Art und Weise die Formel 1 voranbringen, aus Sicht der FIA. Dafür begeht er meiner Meinung nach aber zu viele Fehler aktuell. Fehler, die er schon in der Vergangenheit gemacht hat. Die mangelhafte, man kann vielleicht sagen, Aufklärung des Desasters von Abu Dhabi 2021. Dann die Posse rund um die Rennen letztes Jahr, wo es Probleme gab in der Formel 1 mit der Rennleitung, mit den Stewards, mit der Punktevergabe. Also da gibt es vieles, wo auch die FIA Nachholbedarf hat, wo auch Mohamed Bin Solayem Nachholbedarf hat. Aber jetzt geht er in ein Thema rein, was natürlich für die Formel 1 und für die Teams essentiell ist. Das Geld. Es geht am Ende des Tages nur um Geld. Wenn wir nochmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. 2017 hat Liberty Media die Formel 1 von Bernie Ecclestone und dem Konsortium rund um die Firma CVC für 4,4 Milliarden US-Dollar gekauft. 4,4 Milliarden US-Dollar. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge Geld. Aber was ist seitdem passiert? Die Formel 1 ist so populär und so erfolgreich wie noch nie. Durch die Netflix-Doku Drive to Survive hat man viele neue Fans generiert. Man hat namhafte Sponsoren und Investoren in die Formel 1 gebracht. Allen voran natürlich Saudi Aramco. Und man hat die Teams so teuer gemacht wie noch nie. Ein Formel 1-Team ist jede Menge Geld wert. Eine Milliarde im Grunde genommen. Der Franchise eines Formel 1-Teams liegt bei ca. einer Milliarde Dollar aktuell. Das ist eine ganze Menge. Nicht vergleichbar mit den Werten, die man noch vor 10, 15 Jahren kreiert hat. Die Fahrer verdienen jede Menge Geld. Die Serie verdient jede Menge Geld. Liberty Media verdient jede Menge Geld. Und auch alle, die drumherum sind, verdienen mit der Formel 1 natürlich jede Menge Geld. Aber am meisten die Formel 1 selber. Der kommerzielle Rechteinhaber Liberty Media hat nun offensichtlich ein lukratives Angebot des Saudi-Arabischen Staatsfonds erhalten. Über 20 Milliarden US-Dollar. Ungefragt. Man steht nicht zum Verkauf. Die Formel 1 steht nicht zum Verkauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem hat man von Saudi-Arabien 20 Milliarden US-Dollar geboten bekommen für den Kauf der Serie. Mal kurz zum Vergleich. Aktuell ist ja auch World Wrestling Entertainment, der größte Wrestling-Verband, die größte Wrestling-Organisation der Welt, zum Verkauf ausstehend. Und auch Saudi-Arabien ist wohl interessiert. Für die WWE müsste man aktuell so um die 8 Milliarden Dollar berappen. 20 Milliarden US-Dollar. 4,4 Milliarden hat Liberty damals dafür bezahlt. 2017. Wir reden hier über einen Zeitraum von 5, 6 Jahren. Über eine Wertsteigerung um fast das Fünffache, was Saudi-Arabien an die Formel 1 zahlen wollte. Und das sagt ja eigentlich schon alles aus. Die Formel 1 ist so stark wie nie. Die Teams können sich erlauben, sich zu formieren und so eine Offensive gegen Kräfte von außen zu bilden. Mohammed bin Sulaim möchte natürlich mehr Teams in der Formel 1 haben. Ist ja völlig klar. Bedeutet nämlich für die FIA nicht nur, dass man nach außen sagen kann, dass man alles dafür tut, dass es viele Teams in der Formel 1 gibt und sportlichen Wettbewerben. Nein, die Formel 1 zahlt Geld an die FIA. Die Teams zahlen Geld an die FIA. Die Fahrer zahlen Geld an die FIA. Dass sie teilnehmen dürfen. Aufgestellt nach Punkten. Es gibt ja viele Punkte zu vergeben. Also gibt es auch viel Geld zu zahlen. Und das ist natürlich ein Ansinnen der FIA auch. Ja, man ist eine Non-Profit-Organisation. Aber am Ende des Tages wird vieles von dem Geld, was in die FIA fließt und was auch an die unseren Klassen zur Förderung gegeben wird. An den Kartsport zum Beispiel über die Formel 1 generiert. Und jetzt kommen wir zu einer gefährlichen Paz-Situation, die ich eben für sehr speziell halte. Dadurch, dass die Formel 1 so stark wie nie ist und die kommerziellen Rechte der Formel 1 bei Liberty Media liegen, unter anderem die Rechte am Namen, Formula 1, F1, am Logo, das macht es natürlich jetzt gerade sehr interessant. Erleben wir vielleicht eine Spaltung von Formel 1 und FIA. Die Stimmung ist so angespannt wie lange nicht mehr zwischen den beiden Parteien, die unter Bernie Ecclestone und Max Mosley noch Hand in Hand gearbeitet haben. Aber da war die Formel 1 bei weitem nicht so lukrativ wie jetzt. Was kreide ich Mohammed bin Salahim also an, wenn er ständig sich nach außen hin präsentiert als jemand, der Sachen fordert? Die Formel 1 müsse sich öffnen für neue Hersteller, die Formel 1 müsse sich öffnen für neue Teams. Und die Teams und Liberty, die äußern sich eigentlich gar nicht dazu. Aber von außen kommen immer Leute dazu, die reinrufen, die reinmeckern, ob das jetzt Andretti ist oder nicht. Dann stelle ich mir die Frage, warum macht er das eigentlich? Und macht er dann nicht genau das? Und das ist jetzt nicht mein Punkt, sondern den hat ein guter Freund mir gesagt. Macht er nicht genau das, was er nicht von Fahrern wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel wollte, nämlich Politik? Ist das nicht am Ende alles nur große Politik, die Mohammed bin Salahim da führt? Und ist die Gefahr, dass er vom starken Lieder zum Dampfplauderer wird, nicht viel zu groß? Es würde, glaube ich, allen gut tun, wenn man sich zu Beginn der Saison 2023 an einen Tisch setzt, das Ganze vernünftig aufklärt. Weil was man nicht gebrauchen kann, glaube ich, ist ein wirklich tiefgehender Riss zwischen der Formel 1 und der FIA. Ja, weil meiner Meinung nach braucht die FIA die Formel 1 mehr, als die Formel 1, die FIA braucht. Ja, die FIA ist dafür zuständig, für die technische Abnahme zu sorgen. Aber die kommerziellen Rechte, das Geld, das verdient die Formel 1 über Liberty Media. Die kompletten Rechte sind in der Hand von Liberty Media und die FIA darf sich nicht in die kommerziellen Angelegenheiten der Formel 1 einmischen. Und da sehen sich die Teams gerade in einer Situation, wo sie sich verteidigen müssen, weil die Äußerungen von Mohammed bin Salahim über Twitter zum Beispiel oder auch über verschiedene Interviews darüber hinausschießen. Und ich glaube, dass Mohammed bin Salahim jetzt aufpassen muss, dass er sich da nicht in etwas verrennt, wo am Ende die FIA als großer Verlierer rausgeht. Und die Gefahr sehe ich aktuell. Wie ist eure Meinung dazu? Kann der Riss zwischen Formel 1 und FIA gekittet werden? Ist die Formel 1 zu geldgierig? Oder ist Mohammed bin Salahim vielleicht der, der am Ende als Bauernopfer gar nicht mehr der FIA-Präsident sein kann, weil sich die Offensive von Liberty Media und Formel 1 Teams durchsetzen wird? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und schreibt mir doch auch in die Kommentare, wozu ich als nächstes meine Meinung abgeben soll. In diesem Sinne, das nächste Video könnt ihr direkt hier anschauen. Und ich nehme jetzt noch einen Schluck Kaffee. Und ich nehme jetzt noch einen Schluck Kaffee.